hallo und herzlich willkommen ich gebe schon mal gas bei let's play mta wieder mit mir das gibt es doch nicht ja wir fahren hier immer noch blöde rum ich habe es immer noch zusammen ja alter die strecke ist das ja wie kommt man hier wieder weiter da jetzt habe ich es gesehen ich habe gesagt jetzt weiß ich wo es lang geht jetzt ja ich glaube man muss hier wieder runter verstehe gerade gar nicht vielleicht so und dann hier trauen ja ich glaube ich habe es kapiert ja danke jetzt wo ich gerade die strecke kapiert habe und wo müssen wir hier lang kennt weiß dass ihr doch heißt du bist der brawl und holland sehr ruhig ich habe kein nitro aber wir müssen hier so schräg runter ja ich habe es kapiert ok danke und kein nitro alter die schanzen sind schon echt mies komm fährst du hinterher links oder rechts um links links ok brauchst kein nitro erstmal jetzt brauchst du nitro lieber zuvor alter voll scheiße aufgekommen hä ja genau man musste so schräg rüber genau aber ich ja zum glück war ich hinter dir ja ah die strecke schon wieder ist noch einer dabei hallo ich bin grün ich erzähle mal was hallo wir machen hier gerade ein let's playchen da ist nitro gewesen wo aber aber spawn achso ja danke sag mir das doch hab ich ach ja danke bisschen früher das nächste mal ist ok es war richtig in die kurve trash ah menno jetzt war ich gerade in der kurve und bin ich ins wasser gefahren ja wir campen bist du der rote bist du der rote ja mhm jay 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 alter wieso ziehst du mich jetzt ab war ich cool total unlogisch wir fahren es was war hier achso das war die strecke ja ich glaub's auch man muss die anderen erst verlieren lassen und dann gas geben ja eben ach ich einfach durchzuhauen wow 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 alter hast du das gesehen ja leise alter aber wie ich gerade gedüftet bin alter ein traum hä hast du fragen willst du für 1.500 payday bonus damit diesen kleinen tis kann man auch sießen ja das ist einfach alles möglich alter die fahren voll schnell komisch höh hast du auch ab gebremst und träumst jetzt zurück ich komm nicht hoch zu wenig schwung NEEIN wenn du rückweiß fährst und lenkst es ist so scheiße ja das lenk nicht stimmt ich bin gerade bis nach oben gekommen so gerade alter was ich denn jetzt hier lang alter der lenkt extrem lol man braucht nur genügend anschwung für was alter die lenkung ich ja einfach geil vor allem dieser server ist schon echt krass wo müssen wir lang alter ich bin als einziger wieder runtergefallen alter ich darf ja jetzt noch fahren oder alter wie soll das funktionieren mit der kamera hey was für eine kamera also wie gegen die map noch mal das stimmt jetzt weiß ich wieder ja ich wusste gerade nicht wo man drauf fährt sorry hält mich nicht sofort nein dumm nein sagt er sagt er hä wieso ich fahr doch noch so ist was nicht du siehst du guck mal so macht man das ja 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 ist brutale guck mal guck mal ich dürfte alter keine ahnung zu lange nicht lange diese alter also also jetzt fallen wir ins wasser oder nein alter das sind aber nicht wirklich viele aber naja oh nitro hast du auch gerade ein u-turn gemacht und dann sofort abbremsen nein 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 das ist ein paar oder geht unter und es gilt nicht geil oh dies neu hey spieler pisch wurde von officer dark knight eingesperrt kommend real life ja stimmt hä hä ich würde sagen in der nächsten folge probieren wir den real life mode aus oder oder wie der fakt mit dem mode nee das match das match dann oder oder wir machen den hier zwei mal zwei folgen ist mir gleich nee ich glaube der war es dann oder außer die zuschauer wollen mehr sehen aber nee ich bezweifel ist alter also ich war gar nicht wirklich dann ja das bin ich doch ja es bin ich doch hey ich verstehe gerade gar nichts mehr so kommt kommt sie ja kommt voll runter da runter da komm runter ich hab dich gerade noch gesehen kann mir nicht dich angucken ich will mich dir zugucken ich drücke e und nein sie immer nur meins ich untergehe ja alter ist irgendwas es geht was geht gerade bei dir ab spricht da irgendeiner bei dir nein ich habe gerade merkwürdige stimmen mein gott unter wasser ich bekomme keine luft mehr alter jetzt taucht mal wieder auf ich fahre gleich unter wasser weiter dann mach halt f dann mach halt f oh f ich hab mit e versucht danke bitte cool alter wow das war ein geiler wechsel links rechts mitte warum nicht schlecht du bist nicht besser ja es war nicht schlecht alter ach die strecke okay also abwärts das ist die gute federung kann überhaupt die hydraulik an machen habe ich nee ich muss mit der maus lenken mit der maus lenken mit der maus lenken wo alter man schafft das nicht man kann ich an der wand fahren wie machst du das wie ja hab ich doch auch gemacht und ich bin sofort runter gefallen nicht nur gas geben du musst auch nach oben lenken also nach links achso okay ach du scheiße das ist mir zu kompliziert das ist zu hochdeutsch ich bin aus bayern ja das ist richtig aber ich bin gar kein fußballfan um ehrlich zu sein ich auch nicht aber wenn bayern aber wenn bayern naja ist weg wo bist du gerade ich bin oben ich bin voll auf die kante aufgeschlagen habe ich voll überhauen alter wie du gerade hoch geflogen bist nice also der kubel jetzt echt raus muss man sagen ich sag lieber nix ja schnell das wasser löscht dich kommt natürlich weiter aber das fahren unter der wand oder sowas kann ich ähm wir müssen nach links wollen ja 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 denkst du dir daran erinnere ich mich noch und wie ging es hier weiter ja ja ich auch er bleibt einfach am spawn und gewinnt er bleibt einfach am spawn und gewinnt ja komm was macht er was macht er hä du musst du irgendwo weit rüber fliegen ja in die richtung wo die rampe hingeht oh geil wie das motorrad dran ich muss schon sagen das macht er richtig fun eigentlich yeah willy man kann ja bug using machen ach stimmt alter ich aber ich komm einfach nicht an die mauer ran richtig dass ich Glück bekomme ja genau das wegen der einen kante da wirst du dann umgeschmissen das problem habe ich nämlich auch immer ich schaffe das nicht dran du bist du der blaue in mir ja okay ja wenn sie das hier so okay spät gesagt ich trink noch mal einen schluck ich bin nur am saufen hier nice camper ja die strecke ist neu echt achso das wasser das wasser das wasser danke kein ding habe ich zwar auch gesehen aber danke achten tourismo geil ja naja ja wieder hier runter gefallen ist ja wie ja rechts 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 oh fuck ich mich haut runter rechts ich glaub auch ich wär dafür dass wir es zwei folgen machen weiter hier geht es auch hoch okay fahr ich aber nicht ganz ich würde sagen 15 minuten oder so erst jetzt machen wir kart ja hier nach ich will das noch eben schaffen hier jetzt nehmen wir nicht meinen erfolg hör ja ja da ist eine vorne okay dann würde ich sagen das war's mit der folge machen wir noch ein renn noch ein renn weiter ja ja okay also in der nächsten folge werden wir wieder fahren ups ja okay bis dann bis dann ciao ciao